Herzlich willkommen im neuen Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg. Das Zentralgebäude ist nach Leitung von Daniel Liebeskind sowie einer Planung und Bauzeit von zehn Jahren hier 2017 entstanden. Das Gebäude ist entstanden, um ein Audimax für die Studierenden sowie Platz für die Nebenstandorte der Universität zu schaffen, um hier eine Ein-Campus-Universität zu ermöglichen. Das Gebäude hat eine ganz bestimmte Form mit sehr viel Asymmetrie und ohne rechte Winkel, um sich von der militärischen Vergangenheit des Restcampuses abzugrenzen. Im Gebäude befinden sich ein Audimax, Forschungs- und Seminarräume, CAD, Labor und Großgeräte für das Institut PPI, ein Gastronomiebetrieb und der Audimax, den wir uns jetzt anschauen. Und dafür gehen wir jetzt rein. So, hier sind wir jetzt im Foyer mit angeschlossenem Forum, das ist die Eingangshalle des Gebäudes. Und was man hier sieht, hier sind bewusst ganz wenig Möbel, um eben Platz für Veranstaltungen zu schaffen. Und dieses bewusste Nichts, was wir hier haben, das sogenannte Liebeskind Void, wird eben unterstützt durch diese freischwebenden Betonwände und Decken. Und die kommen fast komplett ohne Stützpfeiler aus. Das Foyer selber ist dabei Dreh- und Angelpunkt des Gebäudes. Von hier kommt man in alle vier Zentren, ins Auditorium, ins Seminar, Studierenden- und Forschungszentrum. Hier befinden wir uns jetzt im Liebeskind Auditorium. Das ist im Prinzip das Herzstück des Gebäudes. Das wird genutzt für Vorlesungen und Universitätsveranstaltungen und doppelt eben nebenbei noch als Veranstaltungshalle. Auf der Tribüne hier vorne und mit der Bestuhlung finden hier 1.101 Personen Platz. Aber das Tolle ist eben, diese komplette Tribüne kann einmal zurück an die Wand gefahren werden. Da kann die Wand dahinter geöffnet werden. Und dann hat man mit dem Foyer und Forum, wo wir gerade schon waren, eine Multifunktionsfläche mit zweieinhalb tausend Quadratmetern. Und was noch ganz besonders ist hier im Auditorium, ist einmal die Akustik. Also man kann da vorne auf der Tribüne stehen, wenn die steht, und hier komplett frei ohne Mikrofon mit den Studierenden sprechen, wenn man das möchte. Hier sind wir jetzt im Raum der Stille. Der Raum der Stille ist ein interkultureller, interkonfessioneller Ort für Studierende und Mitarbeiter innen der Universität. Hier kann man beten, meditieren oder eben zur Ruhe kommen. Und der Raum selber ist dabei auf keine Konfession ausgelegt. Also hier hängt kein Kreuz oder so, aber eben auf alles vorbereitet. Also man kann da vorne ein Altar aus der Wand ziehen und in den Wänden sind beispielsweise Gebetsteppiche. Hier im fünften Stock ist dann einmal die sogenannte Lodger. Das ist der Ort hier oben im Gebäude, wo man auch mal ein bisschen rausgehen und frische Luft schnappen kann. Hier hat man einen ganz tollen Blick über Lüneburg da vorne und eben das angrenzende Naturschutzgebiet und sieht auch so ein bisschen, die Leuphana ist so die Uni im Grünen. Hier vorne auf meiner linken Seite wird Regenwasser gesammelt, mit dem auch die Toilettenspülungen hier im Gebäude betrieben werden. Hier sind wir jetzt im sechsten Stockwerk. Ich kann hier als Student hingehen und arbeiten und das Ganze wird eben auch als Seminarraum verwendet. Hier auf meiner linken Seite sieht man diese minimalblau eingefärbten Fenster. Die sind elektrochromverglast. Das heißt, bei Sonneneinstrahlung schalten die automatisch auf eine von fünf Stufen herab, um eben Wärmeinstrahlung zu verhindern und dass die Leute im Gebäude geblendet werden. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Einblick in das, was das Gebäude hier zu bieten hat. Und wenn euch das interessiert oder ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr einfach auf www.leuphana.de slash Rundgang gehen und eine geführte Tour über den Campus oder durch das Gebäude bieten. Bis zum nächsten Mal.